Kurt Schmidt statt einer Ballade Der Mann, von dem im weiteren Verlauf die Rede ist, hieß Schmidt Kurt Schmm komplett. Er stand nur sonntags nicht früh 6 Uhr auf und ging allabendlich Punkt 8 zu Bett. Zehn Stunden lag er stumm und ohne Blick, vier Stunden brauchte er für Fahrt und Essen, neun Stunden stand er in der Glasfabrik, ein Stündchen blieb für höhere Interessen. Nur sonn- und feiertags schlief er sich satt, danach rasierte er sich, bis es brannte, dann tanzte er in Sälen vor der Stadt, und fremde Fräuleins wurden rasch bekannte. Am Montag fing die nächste Strophe an und war doch immerzu dasselbe Lied. Ein Jahr starb ab, ein anderes begann, und was auch kam, nie kam ein Unterschied. Um diese Zeit war Schmidt noch gut verpackt, er träumte nachts manchmal von fernen Ländern. Um diese Zeit hielt Schmidt noch halbwegs Takt und dachte, morgen kann sich alles ändern. Da schnitt er sich den Daumen von der Hand, ein Fräulein Brand gebar ihm einen Sohn. Das Kind ging ein, trotz Pflege auf dem Land, Schmidt hatte 40 Mark als Wochenlohn. Die Zeit marschierte wie ein Grenadier in gleichem Schritt und Tritt, und Schmidt lief mit. Die Zeit verging, und Schmidt verging mit ihr. Er merkte eines Tages, daß er litt. Er merkte, daß er nicht alleine stand, und daß er doch allein stand bei Gefahren, und auf dem Globus sah, er lag kein Land, in dem die Schmidts nicht in der Mehrzahl waren. So war's. Er hatte sich bis jetzt geirrt. So war's, und es stand fest, daß es so blieb, und er begriff, daß es nie anders wird. Und was er hoffte, rann ihm durch ein Sieb. Der Mensch war auch bloß eine Art Gemüse, das sich und dadurch andere ernährt. Die Seele saß nicht in der Zirbeldrüse. Falls sie vorhanden war, war sie nichts wert. Neun Stunden stand Schmidt schwitzend im Betrieb. Vier Stunden fuhr und aß er, müd und dumm. Zehn Stunden lag er, ohne Blick und stumm. Und in dem Stündchen, das ihm übrig blieb, brachte er sich um. Kurt Schmidt statt einer Ballade So heißt eines der traurigsten Gedichte von Erich Kästner. Diese Ballade oder doch nicht Ballade scheint so leicht verständlich, daß man sich eigentlich alle Erläuterungen sparen kann. Noch einmal interessant wird sie aber aus anthropologischer Hinsicht, nämlich als Geschehen einer sehr eigenartigen Gesellschaft, nämlich wie der Anthropologe Joseph Henrik sie nennt, Weird People. Weird steht bei ihm für Western, Educated, Industrialized, Rich und Democratic. Das sind aus Sicht von Henrik sonderbare Leute, weil sie sich komplett von allen menschlichen Gesellschaften, die es gab und gibt, unterscheiden. Ursache für diese Entwicklung war nach Henrik ein rigoroses Inzestverbot der katholischen Kirche seit dem Mittelalter, das bis zur Verwandtschaft sechsten Grades reichte. Ein gemeinsames Ur-Ur-Ur-Ur-Elternteil reichte unter Umständen aus, daß die Ehe nicht gestattet war. Kleinstrukturen beruhen bis heute auf zum großen Teil auch arrangierten Ehen miteinander verwandter Familien. Durch das Inzestverbot wurden die Clan-Strukturen zerstört und an ihrer Stelle traten flexible gesellschaftliche Verbindungen, die eine viel größere Mobilität der Menschen erlaubte oder sogar erzwang. Henrik erzählt das letztlich als eine Erfolgsgeschichte, da diese Weird People zu einer Zusammenarbeit fähig waren, die auf unpersönlichem Vertrauen jenseits aller Clan- und Sippen-Loyalität beruht. Das kann man, wenn man ganz sozial-darwinistisch Dominanz mit Erfolg gleichsetzt. Auf die Schattenseiten geht er ohnehin nur am Rande ein. Die Beziehung zwischen dieser neuen psychologischen Konstitution und moderner Sklaverei, Rassismus und Genozid ist ihm einen einzigen Satz der Betrachtung wert. Auf andere Folgen dieser Weirdness geht er wenigstens am Rande ein, und diese betrifft auch den Mann, von dem im weiteren Verlauf die Rede ist. Er hieß Schmidt, Kurt Schmidt komplett. Die Abkürzung weist darauf hin, dass Herr Schmidt in irgendwelchen Listen als Nummer geführt wird, dessen Persönlichkeit unerheblich ist. Er stand nur sonntags nicht früh, sechs Uhr auf, ging allabendlich, Punkt acht, zu Bett. Zehn Stunden lag er stumm und ohne Blick, vier Stunden brauchte er für Fahrt und Essen, neun Stunden stand er in der Glasfabrik. Ein mechanisierter Tagesablauf, ganz passend zur durchmechanisierten industriellen Gesellschaft. Das Arbeitsethos, das dem zugrunde liegt, geht nach Henrik letztlich auf die Klöster des Mittelalters zurück, insbesondere den Zisterziensern, die durch Arbeit und Askese paradoxerweise einen Reichtum erwarben, der in ihrem asketischen Leben keinen Luxus erlaubte. Aber man kann es als das Grundmodell dafür ansehen, dass eine Gruppe von Menschen nur für die Arbeit lebt, die einen Reichtum erzeugt, den sie nicht zum Konsum verwendet. Nur die Gebete fallen irgendwann weg. Ein Stündchen blieb für höhere Interessen. Das ist das, was man Freizeit nennt. Sie würde für religiöse und oder kulturelle Betätigung zur Verfügung stehen, aber das ist natürlich nur der reinste Hohn. Kaum jemand wird nach neun Stunden Fabrikarbeit in der Lage sein, höheren Interessen nachzugehen. Übrigens wurde auch samstags neun Stunden gearbeitet, denn nur sonn- und feiertags schlief er sich satt. Danach rasierte er sich, bis es brannte. Dann tanzte er in Sälen vor der Stadt. Und fremde Fräuleins wurden rasch Bekannte. Eben, statt höherem nur die Zerstreuung in einem Umfeld, das keine vertieften Bekanntschaften zulässt. Wobei Bekannte zu der Zeit gewissermaßen ein Codewort für Gelegenheitsgeliebte war. Am Montag fing die nächste Strophe an und war doch immerzu dasselbe Lied. Ein Jahr starb ab, ein anderes Jahr begann, und was auch kam, nie kam ein Unterschied. Um diese Zeit war Schmidt noch gut verpackt. Er träumte nachts manchmal von fernen Ländern. Um diese Zeit hielt Schmidt noch halbwegs Takt und dachte, morgen kann sich alles ändern. Ganz typisch ist dieser Lebensweg natürlich nicht. Auch Fabrikarbeiter waren in der Mehrheit verheiratet und hatten Familie, aber eine, mit der man um das Nötigste zum Leben kämpfte. Herr Schmidt fand aber dafür nicht die geeignete Frau oder war selbst nicht für eine Heirate Richtige. Das ist ein Aspekt im Leben der Red People, dass man bezogen auf Heirat ganz alleine seines Glückes Schmied ist. Das heißt, man findet die große Liebe oder auch nicht. Dass die Familie hilft in Form der arrangierten Ehe, natürlich mit all ihren Problemen, das gibt es nicht. Allerdings gibt es auch nicht die Mehrfachehe, die auf der anderen Seite viele Männer ganz von der Ehe ausschloss. Da schnitt er sich den Daumen von der Hand. An dieser Stelle bleibt unklar, welche beruflichen Folgen der Verlust des Daumens für ihn hat. Die entsprechende Hand ist jedenfalls annähernd unbrauchbar geworden. Wird er vielleicht innerhalb der Fabrik zu geringerem Lohn an anderer Stelle weiter beschäftigt? Ein Fräulein Brandt gebar ihm einen Sohn. Das Kind ging ein, trotz Pflege auf dem Land. Schmidt hatte 40 Mark als Wochenlohn. Die ungewollte, uneheliche Schwangerschaft wurde auf diese Weise bewältigt, daß man das Kind nach der Geburt in eine Pflegefamilie gab. Im Roman »Menschliche Hörigkeit« von William Somerset Maugham wird erzählt, wie sich eine betroffene Frau Gedanken macht, ob das Kind überlebt, wenn man nicht genug für dessen Versorgung zahlte. Der Hinweis auf den Wochenlohn gewissermaßen als Erklärung für den Tod des Kindes könnte demnach auch ein Indiz dafür sein, daß es für die Pflegefamilie die kosteneffektivste Lösung war, das Kind eingehen zu lassen. Daß es überhaupt eine anonymisierte gewerbliche Kinderpflege gibt, ist auch eine Errungenschaft der »Wird People«. Die Zeit marschierte wie ein Grenadier in gleichem Schritt und Tritt. Und Schmidt lief mit. Die Zeit verging und Schmidt verging mit ihr. Er merkte eines Tages, daß er litt. Er merkte, daß er nicht alleine stand und daß er doch allein stand beigefahren. Und auf dem Globus sah er lag kein Land, in dem die Schmidts nicht in der Mehrzahl waren. Viele aus dem Proletariat hatten dieselben Probleme wie er. Darin war er nicht allein. Aber jeder Einzelne in dem Sinne allein damit, daß es keine Hilfe und Solidarität gab. Allerdings gilt, daß die Schmidts die Mehrzahl waren nur für die moderne kapitalistische Gesellschaft der »Wird People«. Alle anderen Gesellschaften, die auf Sippenzusammenhalt und Subsidiarität, also miteinander teilen, beruhen, kennen das nicht, daß Menschen einfach nutzlos werden können. Dafür hat sich jeder in seinem Platz und Rang im Sippengeflecht zu arrangieren. Es ist schwierig, gegenzurechnen, wie viel persönliche Tragik das eine oder das andere bedeuten kann. So war's. Er hatte sich bis jetzt geirrt. So war's. Und es stand fest, daß es so blieb. Und er begriff, daß es nie anders wird. Und was er hoffte, rann ihm durch ein Sieb. Der Mensch war auch bloß eine Art Gemüse, das sich und dadurch andere ernährt. Die Seele saß nicht in der Zirbeldrüse. Falls sie vorhanden war, war sie nichts wert. Diese Frage nach Seele und im Prinzip auch nach dem Sinn des Lebens ist auch etwas, was es nur unter »Wird People« gibt. In »Klein- und Sippenstrukturen« geht die Frage danach, »Wo und in welchen Beziehungen stehe ich innerhalb dieses Geflechts?« Neun Stunden stand Schmidt schwitzend im Betrieb. Vier Stunden fuhr und aß er müd und dumm. Zehn Stunden lag er ohne Blick und stumm. Und in dem Stündchen, das ihm übrig blieb, brachte er sich um. Der Selbstmord hat, nach Henrik, seit der Reformation vor allem in protestantischen Gesellschaften signifikant zugenommen, die besonders innovativ in der Entwicklung der Word-Psyche waren. Der Protestantismus entwickelte den bis dahin höchsten Ausdruck von Individualismus in der Menschheitsgeschichte, nämlich allein und individuell seinem Gott gegenüber zu stehen. Die Religion geriet zwar zunehmend in den Hintergrund, der Individualismus der »Wird People« aber blieb. Und diese individualistischen Strukturen machten es paradoxerweise leichter, über die Menschen als flexible Masse zu verfügen, da es keine siebten Strukturen als Gegenkraft mehr gab, die einen an einen bestimmten Ort und vielleicht auch noch an eine bestimmte Tätigkeit gebunden hat. Die Erfahrung solcher Einsamkeit und Nutzlosigkeit, dass man seinem Leben ein Ende setzen kann, ist nur in der Gesellschaft der »Wird People« möglich. Aber jede Gesellschaftsform hat wohl ihre Gewinner und Verlierer. Das ist wichtig. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.